Moin, hier seht ihr meinen Raspberry Pi WLAN Scanner, den ich in den letzten zwei Monaten mehr oder weniger geplant und dann umgesetzt habe. Der ist relativ klein, man sieht hier schon die Stromaufnahme und den verlängerten Netzwerkschluss nach hinten. Nehmen wir erstmal die Antenne auf, die stört. Machen wir den mal auf. Und hier sieht man schon das Innere. Nehmen wir mal den Deckel ab. Im Deckel ist ein Avus WLAN Adapter sowie ein Navi-Log GPS Dongle verbaut. Da beim Avus Adapter keine Bohrlöcher vorhanden sind, habe ich hier H-Klammern genommen und einfach Schrumpfschlauch drüber gezogen. Und hier sehen wir auch schon das Herzstück des Ganzen. Einmal den Raspberry Pi sowie das Display und die zugegeben etwas wild aussehende Verkabelung. Die Stromversorgung funktioniert hier direkt via Backpowering auf das GPIO, von wo aus auch die LEDs und der Button angesteuert und ausgelesen werden. Auf der Rückseite hatte ich das Problem, dass ich da zu wenig Platz hatte und die SD-Karte aus dem Gehäuse rausstand. Und die eleganteste Lösung dafür ist der Low-Profile SD-Adapter von Adafruit, mit dem ich jetzt Micro-SD-Karten nutzen kann. Und weil das so cool ist, zeige ich das mal kurz. Hier haben wir die normale Karte, hier der Adapter, Mini-SD-Karte. Tada! Äh, okay, weiter geht's. So, kommen wir zu der Frontblende. Da haben wir einmal den Taster vorne, dann die Stifte des Displays und an der Seite nochmal den An-Ausschalter sowie die LEDs. Da ich nach außen hin zwei weitere USB-Ports brauche, versteckt sie als letzte Komponente unter dem Raspberry noch einen USB-Hub. Soviel zu den inneren Werten. Und das nutze ich außen. Kabel, Strom fürs Auto, Strom für zu Hause, zweiter Abus-Adapter mit Halterunnen. Weck damit. Strom dran. Zweite Antenne. Und ein USB-Stick. Als Betriebssystem nutze ich derzeit ein PwnPi 3.0. In der RC-Local liegt dann ein Python-Skript, welches beim Booten ausgeführt wird und das Display ansteuern kann, beziehungsweise mit Kismet redet und auch den GPS-Dongle handelt. Gleich zu Beginn bekommt man den Splash-Screen zu Gesicht und die gelbe LED beginnt auch gleich zu leuchten. Das bedeutet, dass derzeit kein GPS-Fix vorhanden ist. Allerdings reden wir jetzt hier nur von der Ortung selber. Die Uhrzeit wird automatisch anhand von den Satelliten erkannt und dann auch dementsprechend nach Zeitzone eingestellt, wie gerade geschehen. Die Hintergrundbeleuchtung erlischt automatisch nach circa 5 Sekunden und kann durch erneuten Druck auf den Knopf wieder eingeschaltet werden. Halte ich den Button dann länger als 5 Sekunden gedrückt, fährt sich der Pi automatisch runter. Der USB-Stick ist optional und wenn er nicht beim Booten vorhanden ist, dann wird einfach auf die interne Karte geschrieben. Das Scannen an sich übernimmt Kismet, sodass wir auf dem USB-Stick oder auf der internen Karte nachher ganz normale NetXML-Files vorfinden, wie man das jetzt hier in dem Beispiel ganz gut einmal sehen kann. So, in der Theorie funktioniert's. Ab damit auf die Straße! Und wie man hier jetzt gleich sehen wird, bekommt man draußen unter freiem Himmel auch sehr viel schneller ein GPS-Fix. Ach guck, als hätte ich's geahnt. Dann kann's ja losgehen. Die Sprecher Die Sprecher Die Sprecher Die Sprecher Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020